Jetzt wird da ein drauf geschissen mit den Bierchen. Ich ziehe das jetzt straight bis zum Ende durch. Wenn er sich verhaut, nicht mein Problem. Ich trinke kein Bierchen. Weil am Arsch ist du es da. Ich habe ja gesehen, wie langsam das vorhin wurde. So, ich mache nur ein bisschen langsamer. So. Okay, er holt jetzt auf. Ha! Na, musst du stopfen, was? Das reicht. Ah, jetzt hat er von der Geschwindigkeit her wieder ein bisschen mehr als ich. Soll er sich ruhig vorhauen. Er hat aber auf jeden Fall noch ein bisschen mehr geschwind. Ja, perfekt, wenn er sich verhaut. Er hat ja fast 100 am Ende gehabt. Jetzt übertreiben sie es aber. Ah, verdammt. Nö, die Geschwindigkeit ist gut. Jetzt könnte ich mal ein bisschen was trinken. So, das reicht mir. Man muss ja erst mal wissen, wie das hier überhaupt so vonstatten geht. Jetzt kriege ich noch ein Bierchen. Butt gewinnt. Ja! Höpp! Hehehehe! Level complete! Krasse Wunsch! Fahre unter die ersten drei, um aufs Platz-Podium zu kommen. Yeah, wir fahren schon den roten mit dem gelben. Wie fährt man? Auf X oder R2. Ah, R2. Ah, R2. Oh, das ist ja noch ganz alte Steuerung. Zumindest ist unser Wagen aber sehr, sehr schnell. Wir drängen einfach alles andere ab. Hey, der bremst mich aus, die Sau. Ja, wir sind Platz 1. La, 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 la. Oh, da haben wir abgekürzt. Ah! Das ist ja ein Geschwindigkeitsrausch. Ach so, oh, 3D-Effekte hier. Final lap! Okay, zwei Minuten, eine Runde durchführen. Das ist aber vollkommen legitim. Vollkommen. Ah, normalerweise muss man hier abkürzen. Ich denke mal, auf dem höchsten Schwindigkeitsgrad wird man hier wohl abkürzen müssen. Also gut, dass es hier auch so ein bisschen abkürzen muss, weil ich die Strecke auswendig kenne. Also unsere zweite Runde wird auf jeden Fall besser als unsere erste. Weil da wurden wir vom Verkehr aus gebremst. Ja, das macht so Spaß! Geht so eine Scheiße, das macht echt Spaß. Ich glaube, eine Trophäe ist, äh, auf Hard-Mode nur rückwärts gewinnen. Also Renngewinn und rückwärts. Okay, Alex und Brody... Ich fahre jetzt einfach gerade aus. Ach so, da hatte ich sogar eine Abkürzung genommen. Okay. Hauptsache rotes Auto mit gelben Häubchen. Haben wir gewonnen? Ja, haben wir! Yay! Hurra, hurra! Ja, wir haben gewonnen! Boah, ho, 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 ho! Und wir sind Bierchen und Lüsstchen. Alles Rangrennerzüge, nur die nicht. Ein Applaus für Herrn Tango! Und jetzt der Preis. Chef, Chef, das sind die zwei, die uns reingelegt haben! Ich hab dir doch gesagt, dass sie es nicht kapiert haben. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Wir wollen unsere Kohlen! Und wir wollen das Mädchen zurück. Ich glaube, gleich... Chef, das sind sie, die Typen vom Set! Haltet sie auf! Du, so wie es aussieht, möchten... Glaubst du? Eine Prügelei! Eine Prügelei! Wie können die den Burning Hammer überleben? Noch mehr Flitzpiepen! Mann, Mann, Mann! Was ist denn da, hier? Wo klauen die, der Clown? So! Ruhe! Immer auf die Nase! So, das war mein Bierchen! Entschuldigen Sie, Herr... Knacks! Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Knacks! Haben Sie gesehen, wo Tango hingegangen ist? Klar, er ist gleich hier drinnen! Ich glaube, ich darf wieder triggern! Haha, haben Sie eigentlich so... In der Falle! Lass Sie nicht entkommen! Hehehe, ich liebe das! Das war eine kunstige Mobile-Leihe! Also, ich liebe das... Ich liebe das! Die Daten in der Falle! Ja, ich liebe das! Ich liebe das! Das war知道! Ich bin enormously, ich bin zu... Ich bin zu... Ach, Menno, die kippen immer so schnell um! Aha! Das war schon geil, was ich so kompliziert soll! Ich muss mehr damit beschäftigen, mich hier K.O. zu lachen! Und immer schön mit dem Hammer! So, jetzt hab ich ihm erst weggesoffen! Das hab ich im Internet gesehen, das Spiel ist nur 2 Stunden lang! Das halte ich aber persönlich für ein kleines Gerücht! Na! Frech werden hier! Aber wieviel kommen denn da noch? Ich rüge mich einfach hier am Bildschirm an! So! Ruhe! Oh, ein Mädchen und sie wein! Bitte rettet meinen kleinen Schatz! Ja! Mai sofort! Miau! Achso, ne Katze! Verdammt! Die Katze ist in Gefahr! Aber nein, nicht die Katze! Meine Tochter! Rettet meine Tochter! Achso! Aaaaaaah! Ah! 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 den Weg der Karussell zu stoppen. Ja, wir müssen an den Weg finden. Na, er macht das schon. Ich glaube, die Zöpfe bleiben jetzt mit ihr. Oder auch nicht. Aber ihr scheint ziemlich schlecht zu sein. Vielleicht fällt sie um und kommt es. Ah, Mami! Ich glaube auch, wie süß. Vielen Dank. Ihr habt meine Kleine gerettet. Oh Gott, die sieht gar nicht durchgedreht aus. Die Mutter sieht genauso schrecklich aus. Vielen Dank, meine Helden. Ja, wir sind Helden. So. Das Umhammer steht mal nicht auf. Habt ihr in der Schule nichts gelernt? Oh, Boxautomat. Hör mal zu, Knacks. Werdet euch nicht sagen, wo der Chef ist. Hm. Der Typ hat auch nicht viel in der Bier, ne? Herr Knacks, sind Sie verletzt? Wir sehen uns nochmal. Und dann knallt euch Gott. Was haben wir denn da? Eintrittskarten für die Geisterbahn. Was? Geisterbahn? Versteckt sich jemand in der Geisterbahn? Ja, ich sehe schon. Du machst dir fangst in die Hose. Ich, Herr Knacks. Lass reingehen. Ach so. So. War zu geil. Kümmer euch um die zwei Kakerlaken. Um ihren Preis. Klar, Chef. Werden hier nie vorbeikommen. Ähm. Ich glaube, er ist wieder weggerannt. Nächste, er mag uns nicht. Das ist genau da, was ich denke. Ah, zu geil. Ah, Vergnügungspark. Das war aber auch noch aus einem anderen Film. Geh weg. Fahren wir jetzt noch in den Autoscooter? Ja, bitte.